Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder Fall Guys, so wie immer. Und wir starten heute schon mal wieder direkt und ja, bis gleich. So, und wir haben Ritter-Parcours und ja, das können wir eigentlich relativ gut. So, und wir sind natürlich mal wieder dritte Reihe, yay. Und wir laufen direkt los. Und ich habe jetzt auch den Gaukler freigeschaltet, der ist cool. So, die erste Walze haben wir gut geschafft. Und jetzt kommt die zweite und, ach gut, ey, es läuft gerade bei uns. Letzte Folge zweimal ins Finale gekommen, zwar beide Male heftig verkackt, aber immerhin geschafft, würde ich sagen. Oh, werden wir hier sogar vielleicht wieder Erster? Sprung, oh ja, wir werden sogar Erster. Obwohl, 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 obwohl. Ja, okay, nee, werden wir nicht. Dieser kleine Frazzi da vorne. Ja, okay, wir werden Zweiter, aber das ist doch auch gut und bis gleich. So, die Runde wird beendet. Wir waren wieder besser, 20 Prozent, leider kein erster Platz. Naja, egal. Und ja, dann bis gleich, nächste Runde. So, und wir haben Eier, nein, nicht Eierburg, wacht, Mann. Aber wir sind doch nur 40, das geht doch gar nicht. Das ist ja, naja, egal. Ja, und ich habe auch gemerkt, also, wenn ich so ein Video jetzt hier schneide, das geht ja meistens immer, so eine Rohfassung ist so, man, meistens immer so 20 Minuten lang. Und ich brauche wirklich irgendwie immer eine Stunde für ein Video. Also, ich habe letztens für zwei Videos knapp, also ein bisschen länger als zwei Stunden gebraucht. Und das, ich muss sagen, das ist schon echt viel. Das ist halt auch echt anstrengend, aber es macht mir halt auch einfach Spaß und deswegen mache ich es halt auch einfach weiter. Und genau, ich werde jetzt auch erstmal nicht aufhören, auch wenn ich jetzt erstmal gar keine Abonnenten oder so bekomme oder wenig Zuschauer. Also, ich werde einfach weitermachen, weil es kommt hoffentlich irgendwann auch mal dann, dass ich dann mal irgendwie ein paar mehr Abonnenten oder so bekomme. Ja, warum hältst du mich fest? Ja, was ist mit meinem Team los? Und genau, ich mache das Ganze ja einfach zum Spaß, auch wenn ich jetzt sehr viel, sag ich mal, vorm Computer hocke. Ja, was ist denn das? Ich werde es einfach trotzdem weitermachen, weil, ja, habe ich ja gesagt, macht mir Spaß. Und es gucken sich ja auch wenigstens Leute an, also scheint es ja auch vielen gefallen. Also, ich habe noch keinen einzigen Dislike bekommen, dafür erstmal Dankeschön. Wollte ich, ach Mann, warum fliegt es denn auf der anderen Seite wieder runter? Wir sind gerade am Verkacken. Ach nee, das ist mein Team. Oh, ein goldes Ei. So, wo ist denn gelb? Ah, da drüben ist gelb. Warum schmeißt ihr das goldene Ei wieder runter? Also, das war ja ich eigentlich, aber... So, es sind die letzten vier Sekunden. Und, ja, wir werden es schaffen, wir sind sogar erster. Ui, wir fliegen gerade. Okay, es sind noch 25 Leute drin und wir haben Zehenspitzen. Ja, das ist ja relativ gut. Da mache ich wahrscheinlich wieder so einen Zeitraffer, wie beim vorletzten Video. Ja, ich glaube, es war vorletztes Video, weil es einfach ein bisschen peppiger dann und, ja, geht einfach ein bisschen schneller. So, wir sind sogar qualifiziert, sogar als erster, weil der eine Ork schon noch runtergefallen ist. Und, ja, dann sehen wir uns dann gleich in der Runde, weil ich gucke nochmal ganz kurz, wie viele qualifiziert sind überhaupt. Ähm, was sind noch... 14, ja. Und, oh nee, das könnte Fußball sein. Aber, äh, wir sehen uns dann gleich. So, und wir haben... Ah, das hatte ich so lange nicht mehr und da habe ich auf einmal richtig gefehlt. Ich bin irgendwie die ganze Zeit gegen die Rand gesprungen. Bitte erste Reihe. Das wäre jetzt echt gut und nicht zu viele Früchte, bitte bei mir, bitte. Das mache ich auch, glaube ich, wieder in Zeitraffer. Ich glaube, das ist auch wieder ein bisschen peppiger. So, und wir sind sogar, glaube ich, wieder erster. Ja, wir sind erster. Ja, nice. Schon wieder erster. Und dann, ja, bis gleich. So, ich habe sogar eine Errungenschaft da unten freigeschaltet. Ich hoffe, man sieht die überhaupt. Und, wie viele sind es? Ich glaube, es sind acht wieder qualifiziert und wir kommen wieder ins Finale. Yay! Okay, und wir... Nein, okay. Ja, ich muss dann gucken, wie lange das Video noch geht. Vielleicht mache ich dann auch trotzdem noch eine zweite Runde. und, ja, soll ich das auch in Zeitraffer machen? Ja, ich mache das auch in Zeitraffer, weil die... Oh, wir sind dann aber jetzt relativ gut, weil das zieht sich halt aber auch immer heftig und deswegen, weil wir gehen erst dahin und dann... Dann, ja, ich mache das auch in Zeitraffer. okay und wir sind sogar als erster ausgeschieden das war sehr schlecht aber ja ich glaube ich mache noch eine runde okay ja ich mache noch eine runde sonst geht das video einfach viel zu kurz so und wir sind in der runde drin ich habe meinen zweiten aufruf ich spiele zum ersten mal rocket league ich verlinke ihn euch auch oben da rechts ja schaut auch gerne mal vorbei schaut auch bei allen anderen videos vorbei ich habe ja auch ich erstelle auch playlist weil ich glaube es einfach ein bisschen angenehmer wenn man einfach alle videos zusammen hat also wenn man die einfach dann nacheinander gucken kann wenn man viel zeit hat und ja genau und ich glaube das ist dann auch das also macht ernst und bitte keine dislikes das wäre echt nicht so nett naja aber ist ja eure entscheidung so ich bin nicht der einzige affe hier in der runde das ist ein bisschen doof mann ich möchte doch ein einziger affe sein naja aber wir sind zumindest qualifiziert und dann ja bis gleich so und es sind noch qualifiziert 43 okay ja gut dann bis gleich so und wir haben denn der kreise ist nicht so mein favorite game ja aber ist ganz okay dann springt keiner mal gegen mich gegen oh alter es ist keiner gegen mich gegen gesprungen welt wunder okay aber ja wir sind relativ weit vorne jetzt warten und weiter so wir sind schon hier und es kommt bitte jetzt muss ich hier durchschaffen dann kann ich vielleicht noch erster werden ja ja wir werden erster wir werden erster ja nice okay mal gucken wo die anderen alle sind alter die sind ja alle richtig weit hinten so es sind noch wie viele drin wird hier nicht mehr ganz so viele 29 alles geht ja so und wir haben ein wandsturm jetzt mag ich das sogar eigentlich relativ gerne ich weiß nicht nur noch mal ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, und wir sind sogar jetzt schon durch. Wir sind sogar Dritter. Ja, und dann bis gleich. So, wir haben Reifenlegenden. Oh, nee. Das Ganze mache ich auch wieder in Zeitraffer, damit es nicht ganz so öde ist. So, wir sind qualifiziert. Wir haben nämlich einen goldenen Ring geholt. Und ja, dann bis gleich. So, aber wir haben wieder einen sehr guten Platz, muss ich sagen. Und los geht's. Und Sprung. Und los geht's. Los, komm, bitte. Jetzt kommt kein doofer Ball, der einen jetzt irgendwie wegkickt. Okay, Zwischenbleiben gut. Wir sind schon sehr weit vorne. Ja, ne? Ja, okay. Das war's. Wir wurden richtig weggekickt. Mann, warum passiert mir immer so was? Oh, und schon wieder ausgeschieden. Ja, und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Lasst ein Like da. Ein Abo würde mich wirklich riesig freuen. Und ja, ich würde sagen, macht's gut. Und ja, ich hoffe, ihr guckt auch das nächste Video. Und macht's gut. Tschüssi.